was ist das denn für ein drecks game moin zusammen und herzlich willkommen wir werden heute in fallgeist eine kleine wette eingehen der liebe gemba und ich und wir müssen innerhalb der nächsten man kann fast sagen zweieinhalb stunden müssen wir eine krone gewinnen wenn wir es nicht tun müssen wir nächsten monat jetzt schon ein paket von den schärfsten nudeln der welt essen müssen ein zweites essen wenn wir nicht schaffen eine krone zu gewinnen deswegen würde ich auch sagen wir reden gar nicht lange um den heißen brei wir legen direkt los wird sowas von kommen ja ihr fetten tauben alder geht erst mal ein paar dächer voll scheißen ihr kacklappen und zack pushen lassen und noch mal pushen und es wird weiter gepusht gepusht bis zum geht nicht mehr nein der faker ist hier ich bin raus geflogen ich gehe als zweiter durchs ziel ich sagte gemba ich bin richtig drinnen jetzt ne ich bin in meinem element ich sage dir ich bin in meinem element ich werde jetzt zerstören ja den habe ich uns geholt also der sieht dass ich da hochlaufen kommen noch zwei andere die laufen auch da ja der eine war ich du warst von der anderen seite aber oder nicht ja ja ich bin von der anderen seite warum ist der andere denn hinter mir aber gelaufen ich habe den sogar noch weggestoßen okay rot ist aber am abscheißen ich habe den einfach festgehalten nein da ist gewonnen haus hoch sehr schön qualifiziert mann ach komm schon warum ja ich bin drin diese blöden vollioten bist du runter gefallen ja weil die mich runter gedrückt haben ne kannst du vergessen ja kannst du vergessen du ich bin direkt hinter dem und die reichweite die ich gerade die ganze zeit hinter ihm hatte wer hinter mir gewesen hätte den schwanz gekriegt ja ist ja bei mir genauso das meine ich ja dieses spiel ist so ungenau teilweise manche sind so dumm bei den toren ne hm hm der eine junge wieder den hechtsprung gemacht hat und genau die kante vom tor wo das gerade runter gefahren ist so an der untersten ecke erwischt hat und runter fällt da würde ich mich halt übelzart drüber abfacken da würde ich mich halt übelzart drüber abfacken ich bin das direkt bis zu uns rein da ich habe ein goldenes ei geklaut bei gelb nice ja blau hilft auch hier gelb ordentlich fertig zu machen ja sehr schön die sind raus erst haben wir die eier geklaut von ihm dann habe ich die gut verteidigt gegen die ja wir haben sogar einen dreier bekommen jetzt hier so einen goldenen sehr geil ich glaube gelb kann das knicken die werden das nicht schaffen können blau hat den gekriegt ich habe einen double ring bekommen ja ok gelb hat verloren wir dürfen jetzt halt nur nicht zu nachsichtig werden die können jetzt nicht mehr gewinnen ja ja wir haben das gewonnen und zwölf ringer gefehlt ach was macht der denn nein bei uns geht rein ja wir haben hier wieder ein genie bei uns im team ja bei denen geht glaube ich einer rein ja der geht rein nein der geht nicht rein shit zwei bälle ganz knapp aufgehalten junge die sind gut nein unsere sind schlecht der eine hier der mit den komischen melonen dingen was macht der denn ja sag ich ja der ist komplett bad ich glaube der denkt der muss das muss ins blaue tor dass wir punkte bekommen ja keine ahnung ey ja keine ahnung ey ja keine ahnung ey boah der eine den sie im tor haben da den der ist aber auch gut ey ja ja ach kannst vergessen man komm ich nicht durch ich kann auch nicht spielen mit idioten vorne der wäre voll innen reingegangen Junge was alter ich kann nichts machen weil ach man drei teamspiel hinterher ist auch zu viel man ja das ist auch in meinen augen auch echt ein bisschen too much ich meine guck dir das mal an ich halte das ja schon lange auf am tor ne vor allen dingen die gegner die sind mit zwei leuten sind die bei uns im angriff gewesen und ihr wart mit fünf leuten dort vorne am ball ja die kannst du aber nicht zählen die leute ja ich meine nur und ich war hinten alleine das heißt bei denen war einer weniger als bei uns normalerweise hätte das das team locker schafften müssen den rein zu kriegen wenn die sich gut positioniert hätten nein geht oh Junge ey warum kriegt der warum steht der denn nicht auf ja der hat mich ganz runter gehauen der ventilator wieder also wenn ich das jetzt noch gewinne ne dann sind die leute so lost hier in dem game ich bin sogar noch bei der hälfte reingekommen diese rollen die mag ich am wenigsten ne ey dieser typ oh ich seh dich nein oh da hast du zu viel risiko oh 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 Junge du kleiner keck oh das war aber knapp Junge der eine wollte mich runter schubsen ne ja ja ich hab's gesehen nein ich hab's geschafft ach man so eine dumme Kacke ey was soll ich dir auch sagen Gemma der mit dem schwarzen ist auch durchgekommen der Kekko meine Fresse ey immer kurz vor Ende falle ich da runter jetzt was Hoffmann kommt sowieso wieder das Schwanzklau Game dann raste ich eh aus nein es ist weg gehackst Gemma ich kann es sogar schaffen Junge das könnte vielleicht die nächste Krone werden Gemma du musst jetzt hoffen dass ich die Krone kriege dann haben wir direkt die Wette gewonnen ja man alter jedes mal wenn ich den Controller auf den Tisch hau dann fliegen die Batterien raus man das hat sich aber richtig durchgedrückt da ist und da passiert gerade hm da ist die schwarze Jelly Bean losgeworden ja nein oh shit das war knapp oh das ist nicht gut oben sind noch welche auf dem Gelben ah ich glaub der oben gewinnt der hat richtig viel oh nein ich hab mich ins Verderben gebracht ne shit ich bin als dritter ausgeschieden schade gg aber knapp oh es gibt sogar Ninja für 7000 oh es gibt die Ente gerade die werde ich mir jetzt auch direkt erstmal holen guck mal er macht auf extra clever Junge wer ist erster Platz boom ich bin erster Platz Junge wie wenig guck mal es sind sieben neun Leute kommen jetzt wahrscheinlich durch ja wir sind nur noch zu neunt jetzt sind die Leute so richtig grottig ja wir haben auch wieder ne Melone im Team ja Melonen sind scheiße also Melonen können keinen Fußball spielen ah der macht das schon mal besser als die Melone von vorhin oh ich hab ihn reingemacht ich hab ihn reingemacht sehr gut Gember wie ich ihn reingeköpft hab wie ein Mann ok das war gut Dose ja da ist wieder einer drinnen normalerweise wir sind doch wir sind doch 5 Leute die sind 4 Leute ne ja warum halten nicht 4 Leute von uns 4 Leute von denen wirst du der 5. macht die Bälle die ganze Zeit rein Junge ich brauch nur noch nen Affenskin alter dann hab ich Oliver Kahn im Tor ja ein Spieler ist bei denen ins Tor reingefallen ja ich hab den Torwart hier da kommt noch der Ball gerade ja da kommt der nächste Ball ja ich hab den Torwart komm ja ja komm schon jawoll das ist richtig abfuckt man und wieder oh nein wir kriegen einen rein ach nein aber das sind 5 Leute Gember das heißt alleine schon wir beide das sind nur 3 noch die übrig sind wenn du einen festhältst sind es nur 2 die einem auf den Sack gehen können oder wenn ich einen festhalte wir müssen diese Krone jetzt kriegen ja ich halte ihn weg was für Alter warum stolper ich da ey Junge es ist unmöglich es ist unmöglich ja du bist ein bisschen schweif ab und direkt wird er dir wieder abgenommen ich hab ihn nicht aber spring gleich mach nen Hechtsprung ja wir haben die Wette gewonnen Junge alter Blitzen Moment kein Verkehr schaffe nur den extra für uns holy shit Junge und die Subs ja Leute dann würde ich mal sagen an der Stelle wir haben die Wette gewonnen Gember wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch Bock habt auf mehr Fall Guys auf YouTube dann könnt ihr gerne wenn ihr das wollt in die Kommentare schreiben und eine positive Bewertung da lassen und natürlich wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt ein Abo und dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder